Der Drei-Seiten-Hof auf dem Freiherr-von-Steinplatz in Lauchhammer. Noch vor Jahren sozusagen eine Bruchbude. Mittlerweile ist eine kleine Kunstgalerie daraus geworden. Nicht nur Künstler sind hier gerne willkommen. Rolf-Reiner-Kohlitz und Fritz-Olaf-Gedert sind die Initiatoren. Und Friedlinde König Adam ist sozusagen Managerin und Fürsprecherin der Museumsgalerie. Ich sag's einfach mal so, wir ticken ein klein wenig anders. Kunst in Lauchhammer ist schwierig. Wir hier als Museumsgalerie in Lauchhammer-Ost, der Freiherr-von-Steinplatz 6, wollte ich noch mal dazu sagen, wir holen uns Leute hier rein, die etwas bewirken wollen. Die malen wollen, die fotografieren wollen. Die Leute, die wollen sich unterhalten. Es wird einfach hier angeboten. Ob's angenommen wird, wissen wir nicht. Und dabei sind es eigentlich keine großen Wünsche. Die die Hobbymaler und Fotografen hegen, außer wahrgenommen zu werden. Also wir wünschen uns wirklich mehr Zulauf. Viel mehr Zulauf. Weil es ist auch so, es baut sich ja nicht alleine auf. Uns fehlen auch viel Gelder, um überhaupt weitermachen zu können. Und das ist ganz wichtig. Und doch gab es zum Tag der offenen Ateliers Grund zur Freude. Mitglieder des Lions-Clubs Senftenberg hatten eine Überraschung für die Galeristen im Gepäck. Ich glaube, der Anruf kam sehr überraschend auch. Sehr überraschend. Dass wir von unserem gesammelten Geld 600 Euro hier Ihnen, Euch allen mit zur Verfügung stellen. Und ja, bevor ich weiterrede, einfach hier der Schack. Das Geld kommt dann bar. Geld, das stets gebraucht wird, ist doch die Galerie ohne fremde Gelder entstanden, betont Rolf Rainer-Kohlitz den Anspruch der Galerie. Wir haben gesagt, wir wollen es auch nirgendwo abhängig machen. Wir möchten, dass hier eine freie Begegnung ist. Nicht, dass jemand sagt, das gehört ja mir, nur ich darf da hin. Nein, hier sollen die Leute herkommen, die sich wirklich zu Hause manchmal langweilen und mit dem Fernsehen unterhalten, die sollen hier herkommen. Irgendjemanden finden sie schon zum Quatschen. Und dann ist das schon wieder der Erfolg, den wir haben wollen. Viele Neugierige haben heute den Weg in die Museumsgalerie in Lauchhammer gefunden. Für Friedlinde König Adam ein schöner Tag. Es sind wirklich viele Leute gekommen, die Interesse zeigen. Und heute sieht man, wenn sie hier rundherum schauen, also was Schöneres kann es nicht geben. Und eine der vielen Besucherinnen spricht dann auch das aus, was sich viele der Gäste hier denken. Hätte ich nicht gedacht, dass das so toll ist hier drin. Und ich habe das ja ein bisschen verfolgt, da stand ja vor Jahren stand mal was in der Zeitung, dass das zwei Herren halt gekauft haben. Und da wollte ich schon immer mal hierher. Und heute hat es immer geklappt. Was sagen Sie zu den Werden? Die sind beeindruckend. Und vor allem auch diese Vielfalt. Wenn man sich hier die Stillleben anguckt, dann hier drüben das. Also das ist schon sehr schön, beeindruckend, kann ich nur sagen. Ich bin überwältigt. Derzeit sind es sieben Ehrenamtler, die die Ausstellungen und Veranstaltungen hier organisieren und auch künstlerisch in einer Foto- sowie Malgruppe aktiv sind. Und ja, es dürften gerne mehr sein.